hallo freunde ja ich wollte mal ein kurzes video machen zum thema andromeda eigentlich nur um euch mal zu informieren wie es demnächst so weitergeht und so kurz ein bisschen meine meinung noch mal kundtun zum spiel mich auch noch mal kurz dazu äußern zu diesen angeblichen animations problemen die das spiel so hat die sind zwar vorhanden aber im internet gibt es informationen zum thema das nennt sich an kenny valley das sieht so aus dass ein gerade was immer realistischer wird irgendwann zu einem punkt kommt wo es dann ja so realistisch ist dass dem menschlichen auge oder dem gehirn das schon fast nicht mehr gefällt weil es dann so kleinigkeiten dann wieder von der realität doch noch abweicht und es dann unglaublich unecht und ein bisschen verstörend wirkt ich glaube damit hängt das bei bei dem spiel ein bisschen zusammen weil diese augen sich halt sehr seltsam verhalten ein bisschen im spiel aber ansonsten finde ich die animation überhaupt nicht schlecht also es ist das ist sehr meckern auf sehr sehr hohem niveau finde ich also dass das ist alles gar nicht so schlimm meiner meinung nach und dann wollte ich halt noch sagen dass wir halt wie wir halt weitermachen oder wie ich weitermachen werde ich habe jetzt mit der mit den aufnahmen bei folge 6 erstmal aufgehört warte jetzt bis das spiel komplett rauskommt weil man kann momentan ich habe es auch ausprobiert noch nicht wirklichen charakter selber kreieren mit eigenen haaren und so weiter und das möchte ich dann schon bei der aufnahme haben dass ich dann komplett eigenen charakter habe ich werde es aber so machen dass ich die aufnahme ja erst dann wieder aufnehme beziehungsweise erst wenn ich dann erst dann wieder anfangen aufzunehmen wenn ich den punkt erreicht habe an dem ich an dem millionen in dem sechsten in der sechsten folge jetzt auch schon war und ab da dann los starte das heißt ich spiele erst mal alleine guck dann wie es so läuft und werde dann wieder einsteigen sobald ich bei dem in der station wenn was ja auch der letzte punkt war mit dem ich jetzt aufgehört habe bei den aufnahmen ansonsten hoffe ich dass euch das spiel genauso gut gefällt wie mir und ihr ab und zu dann auch noch reinschauen werdet ihr wisst ja mit dem daumen und so da habe ich nicht so und so was das ist alles gar nicht so wichtig also ich wünsche euch viel spaß macht's gut wir hören uns und sehen uns dann bis dann ciao